Schöne ich einmal schaufeln und dann würde England in Schutt und Asche liegen gleiche Massenvernichtungswaffen die Domschaufel die Domschaufel der Verdammtes Doppel gemoppelt das ist gerade so interessant Dreck abzubauen ja erzähl mal was aus seiner Kindheit also gestern ja gestern hab ich auch genommen ne mit wem mit dir verdammt gut ist ich nämlich nicht beibe ja du warst auch mit dabei was das wüsstest du gell hat er schon so von Drogen vergessen na gut das braucht man ja auch dann ja wenn Dixas dabei wär dann hätten wir alle ne Alkoholvergiftung ja stimmt bevor du kommst muss ich auch wieder jede Menge alkoholfreie Cola besorgen ahja stimmt aber so ne ganze Palette am besten ne ja ich bin so froh dass wir die Cola immer palettenweise verkaufen hehehe weil die erste Schaufel ist schon weg oh ich hab schon 4 Stacks freut sich dass ich wieder dass wir wieder Erde haben so knapp so komm eine Schicht noch und dann haben wir hab das geschafft das schafft da schon noch muss ich jetzt natürlich gleich noch einen ausweg lassen sonst wäre es ein bisschen ziemlich fail da wäre es ja like a dix ist und das will ich nicht wäre ich irgendwie so 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 noob alter ohne mein gewehr was geht denn hier ab alter ohne mein gewehr verstehst du das ne omg ach so ja das ding diese bösen killer spielspieler ja das ist ganz schlimm so dann kann ich gleich hier oben ein bisschen terraforming machen an der insel können wir ja im endeffekt noch aussehen lassen wie eine insel und dann bäume drumherum pflanzen dass die tiere auch geschützt sind vor den engländern da ich sorge gerade für den schutz vor den engländern ach du brauchst da einfach eine mauer hin oder was nein ich baue einen wehrturm aber du brauchst stein dann fahr mich gerade noch ein bisschen stein ich habe noch ein paar sticks naja ich fahr trotzdem ein bisschen dann müssen wir jetzt weiter das ist schön dass ich das fundament legen konnte bevor die engländer es erfahren haben nun schießt du mit pfeil und bogen aber irgendwann wirst du schlafen müssen engländer so kommen wir noch die schaufel kaputt dann haben wir noch 1 2 6 stein tut leid wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist aber ist halt jetzt leider so wir machen es trotzdem richtig ich habe auch keinen bock hier direkt zu fahren aber man muss es halt mal machen also schaufel ist kaputt jetzt geht es unter tage warum hätte ich jetzt ganz gerne mein werkzeug aus unserer anderen welt weil du dann dummi hättest du wirst du wirst du wirst du wirst auch gleich mal cut machen wo ich die nase putzen muss da mein stand mikrofon kein mutig knopf hat und ich nicht will das man mich hier voll rein rotzen hört zu gütig siehst du mal bin ich irgendwie wie welche die mitten ins LP reinrülpsen gut das ist mir einmal aus Versehen passiert das ist weil ich irgendwie Bier getrunken hab äh ich mein alkoholfreie Cola und ähm ja Bier und Cola sind für mich tabu in Aufnahmen und du machst das immer wieder ne ich hab im Moment gar nichts zu trinken ich hab nur noch die Gummibärchen warte mal abhauen Gummibärchen nicht vorbereitet der Typ noch Gummibärchen hab ich da kannst du mal sehen ich bin die ganze Zeit Cola am saufen und versuche mir zu verkneifen und da los zu rülpsen die Gummibärchen brauchst du noch viel ne ich hab noch heute mal äh 1 2 3 4 5 6 hab ich noch ja gut ich hab jetzt auch wieder ein bisschen ahhh man ist das total nicht spannend ja muss ich gleich wieder Gummibärchen essen ja willst du nicht rein rülpsen im Mikro aber die ganze Zeit am rumrascheln mit der Gummibärchen hehehe du Profi ja ich finde das aber nicht so schlimm wie wenn du rein rülpsst gab auch schon welche die rein gefurzt haben und das fand ich unter aller Sau ja wer furzt denn bitte mit dem Mikro bei einem LP keine Ahnung gab es schon was guckst du für LPs keine Ahnung wusste ich dass der auf einmal anfängt zu furzen hehehehe konnte ich das riechen so na Stefan du musst einen Satz voll hin kräuter boi hehehe hehehe eigentlich müsste ich mich hier ums Landwirtschaftliche kümmern hehehe 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 hm oh ich hoffe die Musik ist nicht zu laut aber ich finde es gerade awesome oh jetzt geh kaputt und behinderte wichs kackhacke so endlich wir haben es geschafft Leute wir können raus aus dem Bruchbunker hier oh es ist Nacht oh das ist na klasse der natürlich ist mein Schwerd kaputt und wenigstens macht die Axt mehr schaden als die Faust und geht auch ziemlich schnell kaputt genauso wie die Faust ah ne die geht nicht kaputt ich könnte hier einen auf Bruce Lee machen aber ich lass es mal stell mal vor die Faust wird kaputt gehen oh je du willst uns jetzt noch nicht deine Awesome Ninja Skills bis jetzt die nächsten bis jetzt